Also, ähm, ich brauche eine Mitbewohnerin, falls du bei mir pennen willst. Ha, soll ich ehrlich sein? Die U-Bahn ist sauberer als deine Couch. Wow, dabei fing ich gerade an, dich gern zu haben. Wirklich? Ich finde auch, dass wir zwei sehr viele... Ich wusste, du hältst das nicht durch. Komm mit. Wir können morgen den Rest von deinem Zeug aus Manhattan herschaffen. Ist alles weggesperrt. Es gibt nichts, was du noch gern holen würdest? Naja, etwas schon.